Herzlich Willkommen hier in der Lounge von Ballas Capital. Wir sprechen heute über die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn in einer Firma und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Sohn Maximilian Korscher bei uns zu Gast haben. Hallo Maxi. Hallo Papa. Du bist jetzt 18 Jahre alt und arbeitest schon seit einem Jahr bei der Ballas. Wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit, wann kam so dieser Moment, wo du gewusst hast, du willst jetzt arbeiten und nicht mehr in die Schule gehen? Also um ehrlich zu sein, ich habe das mir schon immer überlegt. Ich war nie wirklich ein Freund von der Schule, weil ich mich nicht einfach weiterentwickelt gefühlt habe. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich die Schule nicht gebraucht habe. Auf jeden Fall das Lesen, das Schreiben, die Mathematik, das ist schon wichtig. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war das dann einfach zu viel für mich. Und ich habe mir dann überlegt, warum jeden Tag in der Früh aufstehen und nichts weiterbringen und immer noch im selben Sessel sitzen seit zehn Jahren, wenn ich fette Deals machen könnte. Aber da warst du so 14, 15 oder war das schon früher oder wann kam dieser Zeitpunkt? Also wahrscheinlich schon ab der fünften Klasse. Also ich bin in eine englische Schule gegangen, da ging es von eins bis zwölf. Ab der fünften Klasse habe ich mir das überlegt und ab der achten, neunten, zehnten war das dann schon sehr wichtig. Also war das schon Priorität für mich. Und als dir das dann klar wurde, wusstest du gleich, dass du bei uns und bei mir bei Ballas Capital arbeiten möchtest oder hast du noch andere Optionen erwogen? Also natürlich habe ich mir auch andere Berufe überlegt, aber die Finanzschiene war mir einfach zu interessant. Also ich habe damals das erste Mal den Film Move of Wall Street geschaut und das hat mich einfach so gepackt und ich wollte das dann direkt in Wirklichkeit übersetzen. Und ich möchte dann auch, wie die im Film, mit dem Telefon herumschreien und diese Energie spürt im Büro. Du hast ja die Geschichte auch von Ballas mitbekommen, weil wie wir die Ballas gegründet haben, warst du drei Jahre alt. Das heißt, du hast wirklich das mitbekommen, was da alles passiert ist. Was ist dir da aus der Kindheit in Erinnerung geblieben? Wie dein Vater sich verhält im Business oder was hast du für Erinnerungen? Also mich jetzt immer fasziniert, wie du deine Telefonate geführt hast und wie fasziniert du eigentlich vom Tagesgeschäft warst und wie wichtig dir das war, wenn jemand angerufen hat und wie du da gesprochen hast mit dem. Also da habe ich richtig gemerkt, dass da auch der Psychologiefaktor dahinter ist. Aber da habe ich auf jeden Fall Blut geleckt und das hat mich auf jeden Fall, glaube ich, sehr geprägt, dass ich schon von klein auf mit diesem Telefonieren, mit diesen Kundengesprächen und so weiter und so fort und auch den Erfolg, wie du das quasi alles umgesetzt hast und wie dir das gefallen hat. Das hat auf jeden Fall mich sehr süchtig gemacht. Jetzt arbeiten wir zusammen in derselben Firma, was mich natürlich sehr stolz und auch glücklich macht. Glaubst du, müssen wir in unserem Berufsalltag privat und beruflich so trennen oder ist das nicht notwendig, dass man so eine ganz glatte Linie hat? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich glaube, das liegt auch an der Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Tochter und Mutter. Ich glaube, bei uns brauchen wir das nicht. Wir können das relativ gut trennen. Auch im Privaten reden wir über das Geschäft und auch im Geschäft reden wir manchmal privat. Deshalb muss man sich einfach eine goldene Linie selber finden, wie man halt zu seinem Vater steht oder zur Mutter. Du arbeitest ja im KMU-Team. Du betreust mittelständische Unternehmen bei Nachfolgethemen und auch bei Eigenbeteiligungen. Und dieses Team wird geleitet vom Hans Lassen. Das heißt, dein direkter Vorgesetzter ist der Hans. Ist das, glaubst du, hilfreich, dass nicht ich ein direkter Vorgesetzter bin, sondern der Hans, dass da ein bisschen ein Buffet ist zwischen uns zwei? Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist wichtig, wenn man, ich bin nämlich sehr jung in das Unternehmen reingekommen. Ich bin gerade erst 16 geworden. Und ich finde es wichtig, dass man das auch als Sohn des Chefs quasi von unten auf alles miterlebt. Das ist auch sehr wichtig für die Weiterentwicklung und auch damit man halt alles so aufsaugt. Man ist ja noch jung, man nimmt sich die ganze Information. Aber ich glaube, wer ich unter dir oder auch, manchmal ist es ja auch so, dass der Sohn oder die Tochter direkt in die Geschäftsführung mit einsteigt. Ich glaube, das wäre nicht gut auch für die Atmosphäre im Büro und auch für den Respekt der anderen Mitarbeiter. Wie gehen denn die Kollegen damit um, dass jetzt plötzlich der Sohn vom Chef da in der Firma ist? Hast du nur positive Rückmeldungen oder sind noch ein paar eifersüchtig oder wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar ein extra Mal auf mich schauen und wirklich schauen, dass ich auch die Arbeit richtig gut mache. Aber ich muss wirklich sagen, hier wurde ich mit offenen Händen, also mit offenen Armen quasi empfangen und ja, die Atmosphäre ist super. Auch mit dem Immobilienteam, genau. Ja, bei uns zählt ja auch die Performance. Also wenn man Leistung bringt, wird man anerkannt und auf diesem Weg bist du natürlich jetzt auch aufgesprungen. Das heißt, dass du einfach Performance zeigst und dir dadurch die Anerkennung holst, nicht aufgrund unserer Vater-Sohn-Beziehung. Du bist im KMU-Team, haben wir schon besprochen. Was sind denn da so deine täglichen Aufgaben? Ja, also tägliche Aufgaben ist klassische Marktanalyse. Was ist gerade interessant? Was kann man sich anschauen? Welche Branchen sind interessant? Wo ist da Bewegung? Was auch interessant ist, dass man, egal von welchem Background man kommt, man auch direkt in den Terminen mit drinnen ist. Natürlich am Anfang wird man wahrscheinlich nicht die Gesprächsführung, also das Gespräch führen. Da ist man dann schon zu zweit mit entweder mit dem Hans oder mit dem Markus im Gespräch. Und das ist natürlich sehr interessant, dass man quasi direkt ins kalte Wasser geworfen wird und auch mit den Kunden direkt und auch mit den Eigentümern direkt sprechen kann und dabei sein, also aktiv dabei sein bei diesen Deals. Wir bilden dich ja de facto on the job aus, das heißt, du arbeitest, bist auch schon sehr, sehr produktiv, aber kriegst natürlich zusätzlich auch die Ausbildung von den Kollegen, von unseren Ausbildungsprogrammen. Wie empfindest du dieses Ausbildungsprogramm? Also ich finde das sehr gut, es ist sehr learning per doing. Es gibt natürlich Menschen, die können schneller lernen oder besser lernen, wenn sie die Theorie quasi durchmachen. Ich bin aber gar nicht der Fall, also bei mir war es immer auch so, und das habe ich auch in der Schule bemerkt, wenn ich Sachen mit den Händen machen kann oder wirklich aktiv dabei sein kann, dass ich das dann mir verinnerliche und das auch merke. Wenn dir jetzt ein Freund sozusagen einen Rat abverlangen würde, der jetzt 16 ist oder jetzt 15 ist und sagt, ich möchte auch nicht mehr in die Schule gehen, ich möchte arbeiten, was könntest du dem empfehlen, Maxi? Also in meiner Schule kamen sehr viele Kinder aus Eltern, die auch unternehmerisch tätig waren. Für die empfehle ich eben auch, zu den Eltern ins Unternehmen mit einzusteigen. Für diejenigen, die da aber nicht die Möglichkeit haben, empfehle ich eine Lehre, zum Beispiel im Büro. Das ist meine Empfehlung. Hast du Freunde, die eine Lehre machen und findest du das cool? Ja. Also die klassische Bürokaufmann- und Bürokauffrau-Lehre. Glaubst du, dass man in unserer Branche, also im Investmentbanking, dieses Learning on the Job relativ gut umsetzen kann? Oder gibt es Momente, wo du sagst, du bereust das und wärst jetzt doch lieber in die Schule gegangen oder auf die Uni? Ja, also es gibt auf jeden Fall manchmal Themen, wo ich mir schon denke, da wäre es gut, wenn man den theoretischen Background hat. Zum Beispiel im Execution-Bereich, da muss man sich wirklich auskennen und wirklich auch die ganzen Bilanzen analysieren können und auch wissen können, okay, ist das Unternehmen jetzt profitabel? Ist das überhaupt für uns möglich, so eine Nachfolgelösung zu kreieren? Da ich aber im Business-Development-Team bin und dafür zuständig bin, dass ich durchgehend am Telefon bin und durchgehend an der Akquise bin, glaube ich, ist da keine Theorie benötigt. Ja, und wenn man was braucht, kann man sich das Wissen ja auch selbst aneignen. Es gibt ja YouTube-Tutorials, man kann sich das am Wochenende anschauen, man kann Bücher lesen, man kann die Kollegen fragen, etc. auch diesen Austausch einfach nützen. Ja, wir haben ja auch im KMU-Team haben wir auch wöchentliche Kaderfortbildungen, wo wir wirklich solche Themen besprechen wie, okay, was ist jetzt diesen Kaufvertrag? Was ist eine Minderheitsübernahme? Was ist eine volle Übernahme? Was ist ein Teilkauf? Sales-Set-By-Set? Diese ganzen Themen werden dann immer besprochen, dass auch das ganze Team weitergebildet wird. Was interessiert dich an diesen ganzen Themen am meisten? Wo brennst du richtig? Also mich interessiert am meisten die Direktbeteiligung, die wir als Palas durchführen, aber auch eben die Finanzierung von Wachstumsfinanzierung von Unternehmen. Jetzt bist du 18 Jahre alt. Was sind deine Ziele, wenn du jetzt zum Beispiel in die Zukunft denkst, in 10 Jahren? Wo möchtest du stehen? Wie muss deine Position im Unternehmen sein? Wie siehst du dich? Ja, also auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen im Unternehmen, aber auch aktiv dabei sein bei einem Unternehmens-Deal, vielleicht auch selber in andere Unternehmen sich beteiligen, zu investieren und natürlich die klassische Antwort reich zu werden. Wir haben ja sehr viele Kunden, also mittelständische Unternehmen, die haben ja auch dieses Generationenthema. Das heißt, die haben Kinder, die unbedingt in der Firma arbeiten wollen, aber es klappt nicht mit der Beziehung. Was würdest du so einem jungen Burschen, der auch Sohn ist, für einen Tipp geben, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn besser funktioniert? Ich glaube, das ist eine sehr schwere Frage, weil da ist jeder, da hat jeder andere Situationen in der Familie. Generell finde ich, sollte man sich das mit der ganzen Familie besprechen, ob da andere Leute sind, die eher dafür geeignet sind und man sollte auf jeden Fall privat an der Beziehung arbeiten. Aber das ist natürlich immer unterschiedlich, deshalb könnte ich da keine richtige Antwort darauf geben. Du hast mir das Stichwort gegeben, die ganze Familie. Ich erinnere mich, wie wir gemeinsam bei diesem Lehrergespräch waren und danach entschieden haben, wahrscheinlich ist es besser, wenn wir mit der Schule aufhören. Und dann sind wir auf einem Café zusammen gesessen und haben überlegt, wie erzählen wir es der Mama, wie erzählen wir es den anderen Familienmitgliedern, den Großeltern, meinen Eltern etc. Wie hast du das wahrgenommen? Gibt es irgendwelche Tipps? Also überraschenderweise haben alle gut reagiert. Die Oma hat fast einen Herzenfakt bekommen. Also meine Mutter, ja. Aber am Ende des Tages haben sich sehr viele wohl damit gefühlt, mit dieser Entscheidung und haben auch gesagt, das ist auch die bessere Wahl, als weiterhin zur Schule zu gehen. Und bereust du deine Entscheidung, Maxi? Auf gar keinen Fall. Du würdest das wieder so machen? Ja. Super. Maxi, danke für dieses tolle Gespräch und auch, dass du so offen warst. Lass uns gemeinsam weiter Spaß haben und unsere Firma richtig groß machen. Auf jeden Fall. Liebe Zuseher, ich hoffe, es waren einige spannende Inputs für Sie dabei, für die Kinder und auch für die Erwachsenen. Wenn Sie schon Erfahrungen haben zum Thema Generationenwechsel, schreiben Sie es uns in die Kommentare. Wie immer freuen wir uns über ein Like. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.